Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer TobiTV und willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin gerade aufgestanden, noch mega müde. Gleich erstmal kurz einen Kaffee machen. Heute kommt mein Cousin vorbei, der Yoshi, der Justin. Eventuell kennen den auch einige noch. Und wird auf jeden Fall ein ziemlich geiler Tag. Wir werden einige Videos aufnehmen für den Kanal hier. Wird auf jeden Fall eine geile Sache. Der Kanal wird sich ein bisschen was ändern auch. Wird auf jeden Fall eine nice Sache. Jetzt kamen zwei Tage geilen Videos. Ich wollte eigentlich Videos aufnehmen. Musste viel erledigen. Naja, heute kommt wieder ein Video und dann wollte ich mal sagen, viel Spaß beim heutigen Video. Yo Leute, mittlerweile ist ja auch mein Cousin da, der Justin. Was geht, Digga? Auf jeden Fall haben wir hier eben ein bisschen was gezockt. Eben schon eine Challenge aufgenommen, die ihr vor dem Vlog hier schon gesehen habt. Auf jeden Fall hat es ziemlich Spaß gemacht. Das Licht ist immer noch an. Das haben wir einfach als Hintergrund quasi genommen. Und ich werde auch hier vorher schon reingepackt haben, quasi die Challenge als kleinen Timelapse. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns später nochmal wieder. Ich werde später nochmal in die Stadt gehen. Dann ist mein Cousin sehr wahrscheinlich schon weg, weil ich dann zum Kollegen irgendwann gehe. Aber jetzt erstmal das eine Video schneiden, was wir gerade aufgenommen haben. Ja, nein, nicht Challenge. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, obwohl es hier vorkam, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Nice Video geworden. Dann würde ich mal sagen, bis gleich Leute. Yo Leute, ich bin hier immer noch mit meinem Cousin, mit dem Justin. Und gerade, ey, ich drehe jetzt mal kurz die Kamera um. Wir haben ja die Challenge zusammengedreht und was da gerade abgeht bei den Aufrufen, ist einfach mega krank. Habe ich so noch nie gehabt. Vielfalt danke, danke, danke an alle, die geliked haben. Über 10 neue Abonnenten. Einfach mega krass. Ich sage, kann nur 100 Mal Danke sagen. Und guckt euch das an, was da gerade abgeht. Da. Ja, 190. Das habe ich so noch nie gehabt. 190 Aufrufe. Es kommen immer mehr rein. Und über 10 Abonnenten ist schon wieder hochgegangen. Alter, auf jeden Fall. Danke, danke, danke an alle, die das Video angeguckt haben. An alle, die dieses Video hier angucken. Auf jeden Fall eine nice Sache, ey. Alter. Hast du sowas schon mal erlebt? Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich sowas erlebt, dass man auf einmal... Nee, Alter. Einfach so plopp, einfach so in... Wir hatten heute einfach Bock, einfach Bock ein Video zu machen. Wirklich einfach nur Bock ein Video zu machen zusammen. Haben uns dafür verabredet. Und dann geht das einfach so ab, ey. Einfach nur geil, Leute. Danke, ich kann nur Danke sagen. Ey, geht schon wieder hoch, ey. Keine Ahnung. Krank, krank, Leute. Krank, einfach geil. Trupps-Army ist da. Oh Mann. Sowas passiert auf deiner Straße. Ja. Die hören einfach mega laut Musik da. Ja, moin. Und machen irgendwelche Faxen. Läuft bei denen, würde ich mal sagen. Yo, Leute. Mein Cousin haut jetzt auf jeden Fall ab. Der geht jetzt nach Hause. Der wird, denke ich mal, morgen wird er auf jeden Fall nochmal hier vorbeischauen. Dann drehen wir auch wieder ein Video zusammen. Auf jeden Fall eine nice Sache, was da abgegangen ist. Ey, fast 200 Aufrufe. Ihr seid doch bekloppt. Na ja, danke auf jeden Fall dafür. Hau rein, Digga. Bis morgen, ne? Hau rein. Yo, Leute. Ich muss jetzt noch Wäsche aus der Waschmaschine holen und dann oben aufhängen. Das werde ich euch natürlich auch alles zeigen. Ich nehme die Kamera einfach mit. Muss auch gemacht werden, ne? Muss auch gemacht werden. Heute mal ein etwas anderer Vlog. Boah. Wir sehen jetzt, glaube ich, beim einen Video bei 209 Aufrufen einfach mega krank. Äh, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall noch eben Wäsche aufhängen und alles. Und dann muss ich auch langsam das Video mal beenden, weil ich das noch schneiden muss. So, auf dem Speicher angekommen jetzt. Ich werde jetzt mal hier die Wäsche aufhängen. Da hängt auch noch ordentlich viel von mir. So, ich stelle euch den einfach mal hin. Dann mache ich mal einen kleinen Timeless. Bis gleich, Leute. So, Leute. Das war es dann auch vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich mal sagen, erstmal nochmal danke für das eine Video mit meinem Cousin. Alter, so viel Klicks. So viel Daumen nach oben. So viel Support. Über 20 neue Abonnenten. Einfach mega, mega geil. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Tobi TV. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.